Da ist schon gelootet, also, brauchen wir nicht reingehen. Ja. Oh! Oh! Meini! Bei mir war einer, bei mir war einer im Haus! Oh, shit! Oh, da ist noch einer, da kommt einer rein, kommt einer rein, Treppe, Treppe, jetzt Treppe! Es, komm zu dir, komm zu dir ins Zimmer, ich komm... Nein! Er hat mich! Scheiße! Oh, wie das leckt! Oh, du Biest, Mann! Sehr gut! Warte, hier kommt noch einer! Kacke! Warte! Einer lebt noch von denen! Egal, ich hole dich jetzt erstmal! Danke, Mann! Da stand auf einmal vor mir, der eine Typ, Mann! Er stand einfach da und hat mich nicht erwischt, verdammt! Er kommt, glaube ich, auf der Südseite hier! Er ist unten am Haus, ja, der ist unten im Haus! Ah, ja, ich seh ihn! Okay! Please, fuck me! Yes! Er hatte vierfach Scope, wenn ich so... Nice! Oh, hier kommt was! Hinter uns! Südosten! Einfach draufballern! Oh, hier kommt ja noch was! Ja! Fallen schon die ersten Schüsse! Oh, der... Der UAC brennt! Wirklich? Ja! Ist tot! Nice! Der Dacia hat einen Hit! Zwei Hits! Ach, schade! Wo ist der Dacia hin? Er ist hinter der Schule irgendwo jetzt! Fällt einfach mit dem UAC weiter! Er hat den Typen in die Luft gejagt, die Murz! Ja, aber ich kann mal Reshade nicht installieren, weil ansonsten könnte ich Marco nie wieder flamen wegen Reshade! Ja, stimmt schon! Aber es ist halt wirklich besser so... Ich dachte am Anfang, ich brauche eine neue Brille oder so, weil das einfach so verschwommen aussah! Dann habe ich Reshade installiert und dann... Wow! Das Game ist einfach nur scheiße! Das sieht schon viel besser aus! Ja! Einfach schärfer, einfach angenehmer, auch für die Augen, finde ich! Muss sich halt nicht so anstrengen! Ja, willst du hier noch looten oder wie? Oder? Hier kommt was! Wo? Hier an der Garage! Garage! Da war Insta! Okay! Das ist sauer! Das ist Reshade, Leute! Habt ihr es sehen? Ja! Das war jetzt nur durch Reshade! Also ich konnte ihn durch die Wand sehen! Alter, die Sau looten mir alles weg! Du bist ja schlimmer wie Leon! Du bist hundertmal so schlimm wie Leon! Okay, nimm! Nimm! Was brauchst du noch hier? Okay! Also wenn du noch Fünfer brauchst, sag Bescheid! Hast du dir vorher sogar den Kompensator geklaut oder was? Ich dachte nicht, ich... Ähm... Ja, sieht wohl so aus! Hier ist noch ein Auto! Falls wir das brauchen! Aber wo die nächste Zone... Ah, das sieht... Warte mal! Das sieht nicht gut aus! Das Auto! Autoschein verpackt! Oh, schau, hier ist das gelbe Auto! Das war der eine Typ von vorhin! Ja, wollen wir das nehmen? Gib mal Gas hier! Ich will mal gucken, was passiert! Ja, gar nichts! Du kannst nicht mal starten! So, ich bin nicht auf dem Fahrrad gesteckt! Ja, du bist nicht... Ja, wollte gerade sagen! Ach so, scheiße! Warte, gib mal Gas! Ich will mal gucken, ob das mit den Leifen noch geht! Ah, ne, geht nicht mehr! Schade! Okay! Lass mal hier hochgehen auf den Hügel, oder? Vielleicht können wir da ein bisschen mehr sehen! Wow, du mit Rejet, du siehst alles, Mann! Ja! Ist halt die Frage, was das noch alles kann, ne? Ich hab gehört, das kann irgendwie... Ziemlich viel! Vollhacks! Nebel wegmachen! Oh, jetzt, 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 jetzt! Hier! Oh! Oh, Baby! Schon wieder alle geklaut hier! Ja, super! Super gemacht, Mann! Super gemacht! Klaus Kiel, du Klaus Loup, Mann! Du bist schlimmer wie Leon und Marco zusammen! Äh, oben, ganz oben auf dem Hügel! Der Typ! Er hat aber schon einen Hit! Ich glaub, wir können trotzdem looten! Ist noch? Nice! Ja, ich glaub! Hier ist noch First Aid mit drin, falls du brauchst! Ja, ja, der hat ne Auge! Oh, die hol ich mir! Ne Auge hat der Typ! Oh! Ah, ne K hat der, ja! Der Typ guckt wieder! Ah, der war in Stintot! Okay! Ja, der hat keine Auge, der Typ! Ja, ne K, willst du die nicht spielen? Ich hab acht für First Aid, ich dropp hier mal zwei! Ne, ich hab schon genug, passt alles! Ey Lars, no Flame, no Flamerino! Whitey ist ein cooler Dude! Wir wollen uns doch benehmen hier vom Monarchen! Benehmt euch! Du hast auch nen Streaming-PC, oder? Jo! Was hast du? Debut im Streaming-PC! Äh, ich hab die 6700K, das war einfach vorher mein Gaming-PC! Hab ich dann einfach genommen dafür! Du bist auf Medium, oder? Ich hab auf Medium, ja! Welche Auflösung 720p? Ja, 27p, 60fps, 6000 Bitrate! Ist eigentlich ganz okay! In zwei Wochen bekomm ich nen Trade-Ripper, man! Oh, hier kommt auch noch was, 245! Unten angehalten! Ja, die waren, oder? Ja, der hält da an! Lass noch nicht schießen am besten! Erstmal ein bisschen warten, bis die hier vorkommen! Er hat uns schon gespottet, man! Achso, okay! Okay, jetzt hat er Deckung genommen! Der hat hochgeschaut und hat uns sehen! Oh, der hat ne K! Ja, aufpassen! Dein Hand, ich muss die Auge benutzen! Ey, du hast ja echt ne Auge! Ja, hab ich ne Auge! Nice! Ich hab nichts gesagt, ansonsten hätte ich sie geschulden! Ja, die sind immer noch da! Okay! Einer rennt gerade nach oben! Ja, auf einer ist mir gar nichts, das hätte ich wollen! Einer ist schon bei den gelben Häusern hinten links! Ja, lass einfach! Weiß ich nicht, sollen wir hier erstmal bleiben, oder so? Gelben Häuser, in der Nock! Ah, nice! Ja, ich kenn ihn mal! Hab ihn! Einer ist noch irgendwo bei den gelben Häusern hinten! Hab ich jetzt zwei gesehen! Hä, warte mal! Wieso hab... Achso! Den hattest du nicht genockt, ne? Doch, ich hatte den genockt! Ich hab auch den Kill bekommen! Ich hab ihn getippt! Ich hab auch gerade einen Kill bekommen! Wirklich? Ganz oben beim Drop ist einer! Der läuft aber eher nach links jetzt gerade! Ja, ein Hit! Jetzt hinten in den Bäumen bei mir, ich kann nichts tun! Der ist ausgenockt! Der ist leider nicht von hier! Ja, ich... Musst du ihn kriegen? Ah, shit, Mann! Stirb! Jetzt ist er tot! Ja, wir können ja jetzt ein bisschen safer spielen, oder? Sind ja noch 13 Leute! Ich würd' sagen, wir gehen hier fort zu dem Berg und dann fangen wir die Leute hier oben ab! Ich kann mich mit der Auge wegsprayen, verdammt! Ich muss ein bisschen closer kommen zu uns, damit ich mit der Auge mal sprayen kann! Willst du ran, oder wie? Hier vorne? Ah, nein, wir warten jetzt, bis der gleich kommt! Gleich welche aus Unterwasserstadt kommen! Hm... Hm... Ach, müssen wir spielen gegen Spots! Okay, Spieler! Genau auf Norden! Genau auf Norden, auf der Insel! Norden? Ach da, ja, okay, ich seh'n! Die Auge hat nur Single- und Burst-Modus, oder was? Nee, nee, die hatte Auto... Hat die Burst? Ja, auch! Ja, vielen Dank, ja! Auge auf Distance, Mann! Auf der Insel, siehst du ihn? Er läuft jetzt in die Zone! Nee, noch nicht! Ich geh' mal hier ein bisschen weiter vor! Ah, der Barhitz ist im Wasser! Ist im Wasser jetzt! Wird gleich aus dem Wasser kommen! Ah, hier sind vorne noch welche Nordwesten, 320! Nein, den Stein, müssen wir aufpassen! Die sind hier ja closed, ne? Hab ich schon gehört! Weil wir müssen dann auch in die Zone, das ist das Problem! Seh' dich, seh' dich, seh' einen! Ohne, können wir einfach nach hinten laufen! Einer liegt jetzt ganz links am Stein! Jo, ich geb' dir ein bisschen Rückendeckung! Warte mal! Wir gucken wegen der Wasserstatt, weil die Leute müssen jetzt rauskommen! Einer Typ aus dem Wasser wird auch gleich kommen, der, was eben ins Wasser gehübt ist! Das war vielleicht, ja! Kommt! Ah, da kommt einer! Zehn! Bis hier! Nice! Okay, lass reinlaufen! Zone kommt, der jetzt! Alter, die Auge ist sogar auf Distance, geil, Mann! Ja, Mann! Bad, die Waffe, Mann! Ich liebe sie jetzt schon! Würde sogar sagen, es ist die beste Waffe im Game aktuell! Ist echt richtig Hammer! Oh, das ist ja mal ne geile Zone hier! Brauchen wir da einfach circa mehr entlang, oder denn? Ja, genau! 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 Ich boos mich mal voll! Schießt da einer auf uns? Ja, von 285 irgendwo! Ist aber eine DP, die kann da nicht viel machen, glaube ich, auf die Distanz! Also können wir ruhig laufen! Hier steht ein Motorrad! Oh! Ah ja, genau! Hier waren ja vorne die Leute! Ja, dann lass mal hier bis zur Rage gehen und dann können wir hier kurz warten! Alles up-safen! Ah, hier ist auch ganz geil, glaube ich! Aber wenn die jetzt von hinten kommen, hier diese Ecke so, weil ich glaube, hier backt man rum! Ja, hier backst du rum! Ja! Ah, lass mal lieber nicht machen! Hattest schon so oft, dass ich deswegen gestorben bin! Vielleicht können wir hier noch ein bisschen weiter vor! Guck mal hier, wo ich bin! Wenn hier keiner hinter uns ist, dann... Der Steiner, auch ein schöner! Ist er von links? Irgendwo links, ja! Wett mich! Ich muss mich wettn! Ja! Ah, ich habe keine Nade mehr! Ach, der ist hier vorne direkt schon! Der war nur ausgenockt! Wo ist er oder was? Der ist schon ausgenockt und tot, aber ich weiß nicht, wo seine Mades sind! Der lag auf dem Boden, ne? Also der kroch... Sagt der, die Sau! Naja, ist rumgekrochen! Babi, die noch nicht sehen! Silenced! Silenced! Oben am Baum, ja! Ja, das hält sich! Ja! Ich glaube, der ist an dem Baum hinterm Drop! Glaube ich auch, ja! Ja, und Richtung Ruine sind auch noch welche, ne? Unten irgendwo! Jungs, kommt aber nichts, oder? Können da jetzt hochgehen, sind zum Baum! Warte, ich sehe einen! Der ist, ähm... Warte mal, ich markiere mal die Stelle! Der ist genau hier bei gelb! Aber ich kann nicht richtig drauf schießen! Und einer ist halt auch noch hier rechts! Einer ist noch rechts! Der läuft jetzt gerade rechts! Willi, ist es hin? Ah, der hat ein paar Hits bekommen! Wir sind noch in der Zone hier, aber... Wir sind nicht ganz in der Zone! Ja, gut, dann gehen wir links, genau! Wow, es müsste gleich einer sein hinterm Drop! Ne, jetzt hast du nicht mehr, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, also da, wo ich mal... Hier unten ist der Gilly... Gilly tot! Okay! Einer noch, ne? Einer! Einer! Ich sehe ihn, ich habe den letzten Life! Nice! Er ist leicht tot, er stirbt in der Zone, weil er nicht wegkommt! Ah ja, ich sehe ihn! Nice! Oh! Die Augen sind wirklich nice, Mann! Alter, was eine Runde! Ja, ich habe vorher noch vergessen, auf Burst umzustellen! Nice around, Mann! Alle Mieter aufgewonnen, Mann!